Was gerade passiert ist? Du bist zu tief getaucht, und der Wasserdruck drückte auf dein Trommelfell, sodass es gerissen ist. Ah, du meinst, wie es kommt, dass das nach unten gewendete Ohr reißen konnte, wenn das Gewicht des Wassers doch auf dem anderen Ohr lastete? Naja, so verhält sich Druck in Flüssigkeiten eben. Er drückt in alle Richtungen. Auch nach oben. Unten, wo du warst, lastete vier Meter Wasser auf deinem Kopf. Stell dir vor, du trägst ein vier Meter hohes Wasserfass auf deinem Kopf. Das ist schwer. Aber das Gewicht des Wassers drückt nicht nur von oben auf deinen Kopf. Es drückt genauso hart von den Seiten auf deinen Körper. Sogar von unten. In einer ruhenden Flüssigkeit wirkt der Druck gleichmäßig in alle Richtungen. Der Ozean ist groß, richtig? Er ist sehr groß. Aber das spielt hier keine Rolle. Nee, wirklich, tut es nicht. Schau mal. Stell dir vor, dass du in diesen zwei Swimmingpools auf die gleiche Tiefe tauchst. In welchem würdest du den stärksten Druck spüren? Da du gleich tief getaucht bist, würde auch der Druck gleich sein. Okay, wie wäre es mit diesen beiden Pools? Genau so. Gleiche Tiefe, gleicher Druck. Solange beide Pools mit der gleichen Flüssigkeit gefüllt sind, sind hier nur die Tiefe oder die vertikale Distanz zwischen der Oberfläche und dem Messpunkt von Bedeutung. Gut, dann lass uns die Pools nun verbinden mit einem Rohr. Also was denkst du? Was wird mit dem rechten Pool passieren, wenn wir den linken Pool bis hier auffüllen? Schauen wir mal. Schauen wir mal.